Frohes Neues und Willkommen zu unseren News am Samstag, den 2.1.2021, die erste News-Folge im neuen Jahr und das sind die News der letzten Tage. Der Januar bringt uns ein starkes Gaming-Paket für alle PS Plus Abonnenten mit Shadow of the Tomb Raider, Greedfall und Minita für die PS4 und PS5. Zudem gibt es einen doppelten Grund zur Freude, denn nicht nur das Line-Up ist stark, sondern auch die Geld-Zurück-Aktion. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wie Geld zurück? Ja, wie es scheint, erhalten wir im Falle eines vergangenen Kaufs von Minita unser Geld zurück. Und diese Nachricht kam von Sony selbst, anhand einer Push-Nachricht. Mit dieser Aktion erfüllt uns Sony einen sehr alten Wunsch. Doch ist dies nur einmalig? Nur für Minita oder auch für alle kommenden PS Plus Spiele? Antworten auf diese Frage haben wir noch nicht, haben jedoch Sony schon um ein Statement gebeten. Sobald wir näheres wissen, seid ihr die Ersten, die davon erfahren. Fans der Stalker-Reihe mussten bisher viel Geduld aufweisen. Im Sommer hatte jedoch das lange Warten ein Ende. Denn Entwickler GSC Games World kündigte im Rahmen des Xbox-Events Stalker 2 für die Xbox Series an. Jetzt wurde ein Teaser veröffentlicht. Dieser beinhaltet zwar kein Gameplay-Material, jedoch stimmungsvolle Spiel-Weltausschnitte aus der Unreal Engine 4. Die wirklich Lust auf mehr machen. Stalker 2 erscheint 2021 für Xbox Series und PC. Ein Playstation-Release ist noch nicht bekannt. Wer eine Playstation 5 sein Eigen nennen darf, darf sich glücklich schätzen. Da die Konsole, wie schon in den letzten Wochen berichtet, restlos ausverkauft ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie viele Konsolen wurden eigentlich ausgeliefert? Die Kollegen von Digitimes haben wohl die Antwort auf diese Frage. Das taiwanesische IT-Magazin bezieht sich hier auf nicht näher genannte Branchenquellen. Wahrscheinlich Quellen innerhalb der Produktionskette. Insgesamt sollen weltweit ungefähr 3,4 Millionen PS5-Konsolen ausgeliefert worden sein. In den ersten vier Wochen. Ein neuer Rekord für Sony. Offiziell sind diese Zahlen nicht bestätigt. Jedoch könnte dies gut passen. Basierend auf Berichten von Bloomberg und Nikkei möchte Sony bis Ende März 2021 zwischen 5 und 6 Millionen PS5-Konsolen produzieren. Im Jahre 2021 sollen es sogar insgesamt bis zu 18 Millionen PS5-Konsolen sein. The Witcher war ein riesiger Erfolg für Netflix und hat zudem bewiesen, dass Spiele auch als Serie funktionieren können. Kein Wunder, dass schon mehrere Spiele als Serie angekündigt wurden, beziehungsweise schon in der Entwicklung stecken. Zum Beispiel eine Serie zu Assassin's Creed, Cyberpunk 2077, The Last of Us oder Fallout. Und auch das zweite große Bethesda-Franchise soll angeblich verfilmt werden. Laut Brancheninsider Daniel Richman ist bei Netflix eine Elder Scrolls-Serienarbeit. Doch worum es genau geht, welches Setting, Epoche und Geschichte, dazu äußerte sich Richman nicht. Womöglich auch deshalb, da sich die Serie in einer sehr frühen Konzeptphase befindet. Zwar ist Daniel Richman zuverlässig und gut informiert, aber trotzdem handelt es sich hier um ein unbestätigtes Gerücht. Genießt also die Infos mit Vorsicht, solange nichts offiziell bestätigt wurde. In den vergangenen zwei Wochen verschenkt Epic Games insgesamt 15 PC-Spiele. Jedes Gratisspiel war immer nur für 24 Stunden online, nur nicht das letzte Spiel. Das 15. Gratisspiel ist Jurassic World Evolution und ist eine ganze Woche lang kostenlos verfügbar, bis zum 7.01.2021. Zudem dürfen wir uns schon auf das kommende wöchentliche Gratisspiel freuen, welches uns vom 7. bis 14. Januar 2021 geschenkt wird. Das Roguelike-Strategiespiel Crying Sons. Ja, das war die erste News-Folge im neuen Jahr und an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Danke fürs Zusehen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung von euch freuen, wie auch über eure Kommentare. Und damit ihr keines unserer Videos verpasst, einfach ein Abo dalassen und das Glöckchen aktivieren. Wir hören uns Mittwoch zu einer neuen Folge. Bis dahin, bleibt gesund und guten Loot euch. Ciao. Bis zum nächsten Mal.